ich wünsche dir einen wundervollen guten morgen und herzlich willkommen zu dieser schönen kurzen meditation zu der morgen meditation die ein wundervoller start in den tag ist und die du sehr gut in eine morgen routine integrieren kannst und für die meditation finde einen bequemen sitz einen aufrechten sitz kannst dich aufrecht in ein bett setzen oder auch gerne auf die kante von einem stuhl wenn du dich dann hier gut eingerichtet hast dann schau dass deine wirbelsäule gut aufgerichtet ist kannst deine morgen aber die schultern über hinten ablegen dann legt die handrücken auf deine knie oder oberschenkel so dass die handflächen nach oben zeigen und von hier schließe deine augen und in dem moment wo du jetzt deine augen schließt richte deinen blick ganz bewusst nach innen atme tief durch die nase ein und wieder aus vielleicht nimmst du jetzt hier an dem morgen das erste mal wahr dass der atem dein atem durch dich hindurch fließt dass dir der atem mit jedem einzelnen atemzug neue energie neues leben schenkt dann beginne hier diesen tag mit dankbarkeit dankbarkeit für jeden neuen atemzug und für einen neuen tag der dir bevorsteht eine neue chance neue dinge die auf dich warten nimm wahr wie beim einatmen neues leben neue energie in dich hineinfließt deinen ganzen körper versorgt und jetzt beim ausatmen alles loslässt was du jetzt gerade nicht mehr brauchst und denke innerlich danke 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 für einen neuen tag der mir bevorsteht danke für das leben das durch mich hindurch fließt dann sitze hier in dieser energie der dankbarkeit eine energie die mit liebe mit fülle mit dankbarkeit zu tun hat und fühle hier wie sich diese energie in dir die du in dir kreiert hast sich ganz langsam ausbreitet in deinem ganzen körper und wie du auch anfängst sie auszustrahlen aus dir heraus wie dein ganzer raum gefüllt ist mit deiner energie voller liebe und dankbarkeit dankbarkeit für diesen neuen kraftvollen tag der dir bevorsteht für jeden atemzug der durch dich hindurch fließt nimm dir wahr wie diese energie eine goldene farbe annimmt und wie dich diese goldene farbe diese kraftvolle harmonische und wundervolle energie um dich herum ist dich umhüllt dich umgibt und wie sie auch in deinen ganzen körper hineinfließt nimm dir wahr wie das leben dieses pulsieren das leben durch dich hindurch fließt und wie du jetzt hier sitzt voller dankbarkeit und liebe umhüllt von einem gold gelben licht stell dir jetzt hier einmal die höchste und größte version deiner selbst vor wie würdest du aussehen wie würdest du gehen wie wäre deine haltung wenn du dir jetzt vorstellst dass die größte und höchste version deiner selbst vor dir steht und vor allem nimm einmal ganz bewusst wahr wie die energie dieser version ist wie ist die innere welt von der person ihre gedanken welche energie umgibt sie und stell dir hier vor wie die person die höchste version deiner selbst ein teil von dieser energie dir selbst übergibt und wie du selbst beschließt dass du diese energie mit in dein bevorstehenden tag nimmst hat mir hier ganz bewusst tief ein und wieder aus und sitze hier noch einen moment mit dieser energie sinke da richtig hinein und versuch mit dieser energie die du ausstrahlst die dich umgibt ganz präsent zu sein kannst dir vorstellen dass deine gesamte energie ein ganzes level nach oben gegangen ist und dass du so automatisch all die wunderbaren dinge die du dir wünschst die du im leben sehen möchtest so zu dir ziehst weil du dieselbe frequenz hast genieße diesen moment sein Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und atme hier nochmal ganz bewusst tief durch die Nase ein Und stell dir vor, wie du hier neue Energie in dich aufnimmst Sie sich in deinem ganzen Körper verteilt, jeder Zelle Energie gibt Und jetzt alles ausatmest, was du jetzt gerade und für den Tag nicht mehr brauchst Und dann setze dir jetzt hier eine Intention für den Tag Für den Tag, der dir bevorsteht Stell dir vor, du kannst mit dieser Intention den Tag etwas leiten Eine gewisse Richtung ausrichten Intention kann zum Beispiel sein Ich erlaube mir ganz, ich selbst zu sein Oder ich gehe voller Liebe und Dankbarkeit durch meinen Tag Ich bin die Energie, die ich auch im Außen sehen möchte Und setze dir hier deine Intention für den Tag Und dann nimm mir wirklich wahr, was für eine Energie diese Intention hat Und wie du diese Energie in dir trägst, ausstrahlst Und dann atme auch hier nochmal ganz bewusst tief durch die Nase ein Und wieder aus Dann ganz langsam, wenn du soweit bist Fang deine Finger ein bisschen an zu bewegen Und dann öffne langsam deine Augen Vielleicht nimmst du auch wahr, dass die ganzen Farben Um dich herum ein bisschen heller geworden sind Auch der Raum um dich herum eine andere Energie bekommen hat Und ich wünsche dir jetzt von Herzen einen wundervollen Tag Und hoffe, dass dir die Meditation gefallen hat Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder Und dann auf Knはいnen wir einen wundervollen Tag Und dann rein in den Tag